Das Impfzentrum Wismar hat einen neuen Standort. Seit dem 1. Juli werden die Bewohner des Landkreises Nordwest-Megelnburg im Haus 18 auf dem Gelände der Hochschule Wismar geimpft. Das Zentrum verfügt über einen großzügigen Raum, in dem die Anmeldung und die Registrierung erfolgen. In vier getrennten Impfkabinen wird dann im selben Raum geimpft. Ein leerstehender Seminarraum dient als Ruheraum. In diesem wird dann auch der digitale Impfnachweis erstellt. Für den Landkreis Nordwest-Megelnburg war es wichtig, zügig einen neuen Standort für das Impfzentrum zu finden. Das Impfzentrum selbst ist sozusagen die Unterstützung seitens des öffentlichen Gesundheitsdienstes dafür. Und die Impfzentren haben wirklich begonnen, sozusagen das Impfen auch durchzumachen, anzubieten, was tatsächlich dann ja auch uns wirklich durch die Pandemie bringen kann. Im sogenannten Impfzentrum 2.0 wurden die Abläufe und Prozesse optimiert. In der Geriatrischen Tagesklinik haben wir das Einbahnstraßensystem in U-Form. Wir haben dort fünf Strecken. Das Ganze ist räumlich größer von den Quadratmetern her. Wir werden uns hier verkleinern, haben aber trotzdem geschafft, vier Impfstrecken, also vier Impfkabinen, aufzustellen. Dadurch, dass es räumlich kleiner ist, sind die Fußwege auch nicht so weit, sodass wir die Prozesse trotzdem, glaube ich, sogar beschleunigen können. Und trotz der vier Impfkabinen statt fünf die gleiche Anzahl an Impflingen auch am Tag versorgen können. Die Hochschule Wismar ist stolz, dass sie ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellen kann. Es hat sich vielleicht angedeutet, nachdem wir ja schon das Testzentrum hatten und damit gute Erfahrungen gemacht haben, dass wir hier ein bisschen helfen können als Hochschule mit unseren großzügigen Räumlichkeiten, die ja wenig genutzt werden im Moment. Die Studierenden sind online im Unterricht und hier ist kaum jemand vor Ort. Und von daher ist das natürlich eine tolle Sache. Und als wir dann gehört haben, dass das Impfzentrum am jetzigen Standort nicht weiter betrieben werden soll und der Landkreis auch uns zukam mit der Anfrage, ob wir die Möglichkeit haben, haben wir uns natürlich sehr gefreut, dass wir helfen konnten. Der Impfbetrieb in der Geriatrischen Tagesklinik des Saner-Hanse-Klinikums läuft noch bis zum 30. Juni. Aktuell wurden rund 72.000 Impfungen in den Impfzentren Wismar und Greves-Mühlen sowie durch die mobilen Impfteams des Landkreises vorgenommen. Vielen Dank.